Ich bin der Aufräumblitz, ich bin der Aufräumblitz, weil in fünf Minuten einfacher alles aufgeräumt ist. Hallo ihr Leben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Melissa Dobritsch und wir sind bei dem Podcast 2,30er. Neben mir ist noch ein Herr. Wie sieht der aus? Beschreibe ihn. Er ist 1,88, er hat dunkelblondes, das ist ja sowieso witzig, man würde ja sagen, dass du dunkelblondes Haar hast, aber für mich ist das braun. Ja. Weißt du, manche Frisüre sagen so, oh du bist ja dunkelblond. Genau, korrekterweise hätten wir glaube ich beide dunkelblond. Mäßig dunkelblond, aber dunkelblond ist so ein Spektrum, wo ich sage, für mich ist das ganz klar braun. Für mich ist das auch braun, Leni. Also würdest du dir eigentlich nochmal Strähnchen machen? Also weil ich weiß, dass wir, also okay, warte mal, wir haben ja nie aufgegriffen, dass ich mir ja wieder blonde Strähnen gemacht habe. Mein Gott, stillen, das war doch eigentlich Thema vor dem Podcast. Für Leute, die im Prinzip nur den Podcast hören, haben jetzt echt anderthalb Jahre verpasst, wo ich auf einmal wieder blonde Strähnen hatte. Ich war gestern beim Friseur, hab mir die Haare geschnitten und ich hab mich das erste Mal richtig geschämt, weil sie meine Haare aufgemacht hat. Erstmal, okay, fangen wir mal von ganz, also herzlich willkommen, aber ich steig direkt ein. Die Folge 268, hier sind Melissa Dobritsch und Florian Heinrich Dobritsch-Gab von Podcast 230er. Hallo, ihr Lieben, wir sind nach Tourschluss. Nein, ich muss weiterreden. Ja, ja, du machst gleich. Ich verließe sonst den Punkt. Okay, mach weiter. Ich hatte gestern um 10 Uhr den Friseurtermin und dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich um 10 Uhr Friseurtermine absolut nicht genießen kann. Und ich finde, klar, wenn man jetzt nicht Strähnen macht und sowas, dann kann das auch manchmal echt eine Tortur sein von vier, fünf Stunden. Das ist jetzt nicht ein Genuss oder so. Aber wenn man sich Freizeittermine setzt, sowas wie eine Massage oder halt auch ehrlich gesagt Friseur, weil man da ja auch die Haare gewaschen bekommt oder, oder, oder. Ist mir erst bewusst geworden, dass für mich 10 Uhr absolut keine Zeit ist, wo ich meine Freizeit-slash-Genusstermine setzen kann, weil sie dann für mich purer Stress sind. Ich bin also zu spät gekommen und bin dann angekommen und ich hatte die Haare eigentlich frisch gewaschen und dachte, so geil, hab frisch gewaschene Haare. Was ich aber total unterschätzt habe, ist, wenn ich meine nassen Haare zu einem, wie sagt man, zotteligen Dutt zusammen mache. Zu einem Gemisch. Zu einem Gemisch aus Heu und Stroh, dann sehen die dementsprechend aus, wenn sie die aufmacht. Und ihr kennt das ja, ihr sitzt dann auf dem Friseurstuhl und die Friseure fassen so durch. Sie kam nicht durch. Sie kam nicht durch. Ich so, sorry, es tut mir wirklich gerade leid. Ich hab als erstes, ich hab so gedacht, ja gut, hab frisch gewaschene Haare. Aber mir ist es noch nie passiert, dass die Haare so trocken sind. Und dann hab ich nur gesagt, ich so, es tut mir so leid. Die sind gerade so trocken. Und sie musste so lachen, die so, ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Also, sie hat nicht gesagt, ich bin irritiert, ich hab's in ihrem Gesicht gelesen. Aber sie so, ja, ich wollte gerade fragen, warst du nochmal, bist du nochmal blonder geworden? Ich so, ja, das auch. Aber ich bin in der Sauna gewesen und bla bla bla. Und dann hatte sie mir ja den Tipp gegeben, du musst einfach mit einer Kur in die Sauna rein. Und dann dachte ich so, Gott, das hab ich ja gemacht. Ich bin ja mit einer Kur sogar in die Sauna rein. Nichtsdestotrotz war das dann, wie ich es danach mäßig gepflegt hab, war nix. Ja, das ist ein Klassiker, wenn jemand einen einen Tipp gibt und dann sagt man ja und man hat den Tipp, aber eigentlich befolgt. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Leute, du standest ja dabei, als sie gesagt hat, ich hab einen super Tipp, mach noch eine Kur rein in die Sauna. Ich bin ein Mensch, ich gehe ohne Kur gar nicht in die Sauna rein. Das ist für mich mein Ding. Das ist ja mein, deshalb dachte ich, erfunden. Aber mal ganz kurz, weil du schon wieder so schwebst, wolltest du nicht was wegen Blond sagen? Ja, Tissi, jetzt kommt nämlich der Bogen. Okay. Guck mal, meine Haare, gestern, ich saß auf dem Friseur, hab die gesehen und dachte mir so, ist es das wirklich wert, dass die wirklich wie Stroh und Heu aussehen? Und jetzt meine Frage, FHF an Flo, haben sich die Strähnchen gelohnt? Also, um mal ein bisschen auszuholen, du hast ja immer dieses Blond-Thema so ein bisschen assi auf mich abgeschoben. Ja, war auch super assi. Dass ich das ja so toll finden würde. Du bist doch 2016 Victoria's Secret Fashion Show, das bist du. Dass ja dieses Blond-Thema nur meinetwegen in Angriff genommen worden ist und jetzt nach, wie lange hast du nicht gefärbt? Anderthalb Jahre? Länger. Du hast nach zwei Jahren, bist du nämlich, liebe Melissa, von deinem Instagram-Feed-Scrollen, Entdecken-Scrollen, YouTube-Schauen-Scrollen, selber auf die Idee gekommen. Es war nämlich keinerlei Input von mir oder Vorschlag von mir, sondern du hast dir gedacht, von einem halben Jahr circa, nee, du hast dir gedacht, dass du doch mal wieder leichte Strähnen machen solltest. Und dann warst du beim Friseur, beim anderen Friseur und wo du hingehst zur Farbe und der hat das gemacht und das war aber wirklich sehr leicht. Ja, aber fand ich sehr super. Das war sehr super. Weil es für den Start, weil ich muss sagen, ich habe noch länger, also das Rauswachsen lassen, das ist länger als zwei Jahre, weil das Rauswachsen allein… Naja, deine Haare wachsen schnell. Ja, das wachsen schnell. Also 21 habe ich nochmal richtig blond gemacht vor der standesamtlichen Hochzeit und danach nicht mehr. Und ich muss sagen, wenn du mich jetzt rein äußerlich fragst oder ist es gerade im Winter zu deinem Hautton, sieht, auch wenn die Strähnen meiner Meinung nach sehr gering sind oder nicht so doll… Findest du, ich könnte noch mehr? Sollte ich Kendall Jenner Vibe machen? Blond-Blond? Kendall Jenner ist doch braunhaarig. Kendall Jenner ist blond. Hast du das noch nicht entdeckt in deiner Blond-Research? Ich verfolge da nicht so die Frauen. Braun kann auch sehr schön sein. Ich finde, es sieht bei dir tatsächlich frischer aus. Es sieht frischer aus. Es sieht frischer aus. Aber ich saß da, darf ich was sagen? Ja, und jetzt wollte ich aber eigentlich noch was sagen, weil du hast mich ja eigentlich gefragt, ob ich nochmal blonde Strähnen machen würde. Oder willst du dein Kapitel erstmal machen? Dann nochmal mein Kapitel kurz beenden. Aber findest du nicht, dass meine Haartextu… Es ist einfach Fakt. Ich bin jemand, der es dann anscheinend nicht richtig pflegen kann, wenn er blonde Strähnen hat. Es ist einfach wesentlich trockener. Das fällt mir nicht auf. Ja, und das ist nämlich das Problem, Leute. Das ist echt so stumpf. Genau, du bist so stumpf wie meine Haare, was das so geht. Ich finde, deine Haare jetzt auch zu den Shows sahen erstens super aus und zweitens, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wie es vor einem halben Jahr war ohne Färben, habe ich jetzt nicht gedacht, wow, deine Naturhaarfarbe sind so mit Feuchtigkeit durchdrungen und glänzend wie in einer Gloss-Werbung, sondern das ist für mich same, same. Ach du Scheiße, wir werden nächstes Mal, ich habe im Dezember wieder meinen Friseurtermin, du wirst mich abholen und wir werden meine Friseurin, ich werde das genau vorspielen, was du gesagt hast und wir werden sie fragen, weil sie hatte meine Haare unbehandelt und dann behandelt und dann wirst du mal sehen, was sie sagt. Ja, aber die sind ja noch nicht mal doll behandelt, oder? Das ist ja sogar nur ein bisschen Strähnen. Du hast jetzt nicht den ganzen Kopf blond gemacht. Nein, ich habe den ganzen Kopf blond gemacht. Aber mit Strähnen. Ja, das ist aber auch schon was. Ich habe früher nämlich mal die Strähnen, die Strähnen von Garnier. Mit dem Aufsatz? Hast du einen Aufsatz? Wo man das so strähnig so draufzeigen. Ja, der war dabei, aber ich habe ohne gemacht. Hast du free, wie sagt man? Ich habe free gemacht. Free painting, wie sagt man? Ich habe free gemacht. Hast du Balayage gemacht? Ich habe, und deswegen war bei mir, das war ja der Witz, nach so den ersten ein, zwei Mal, deswegen war ja mal der ganze Kopf blond. Und ich muss sagen, wenn ich mir so Bilder von damals angucke, und wie gesagt, was man mit 15, 16 macht, altert ja meistens eh schlecht. Das kam aber gerade dann, wenn ich vom Sommerurlaub gekommen bin und so, das hat schon immer richtig gekickt. Damals war das so ein bisschen dieser Surfer-Style. Und dann hat, ich war auch immer wahnsinnig braun gebrannt damals, wie so ein Jugendlicher, der so zu braun und zu blond ist, weißt du? Ich hatte gerade einen Traum ein, weil du gerade zu braun saßt. Ich habe einfach irgendwie, ich saß im Bus und dann ist der Bustür aufgegangen und da stand Enrique Iglesias. Ja, den habe ich ja mal aufgegangen. Und das erinnert mich gerade daran, weil das war nämlich die Ära, wo du auch blonde Strähnen hattest. Ja, das stimmt, da waren wir auf dem Live-Earth-Konzert am 07.07.2007 in Hamburg im Volkspark. Da haben verschiedene Künstler, Shakira habe ich auch gesehen. Ja, deine Haare sahen so aus wie ihre. Und ich muss sagen, also ich finde zum Beispiel braune Haare, und wir reden jetzt von braun-braun, bei Frauen und Männern, auch richtig schön. Soll ich mir mal die Haare braun machen? Nein, und jetzt lass mich bitte ausreden, dass wir, also klar kannst du machen, wir aber, wie gesagt, für mich in so einem undefinierbaren Raum sind von unseren natürlichen Haarfarben. Man sagt ja Straßenköterblond-mäßig. So, und ich muss wirklich sagen, jetzt habe ich mich heute gerade, habe ich mich auch rasiert und dann habe ich, keine Ahnung, habe ich mich dieses Jahr auch nicht so viel Zeit gehabt, mich in die Sonne zu legen. Und dann ist die Haarfarbe, die wir haben, wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, aber es ist so ein bisschen undankbar, weil es ist nicht Fisch oder Fleisch. Es ist nicht, dass wir sagen können, wir haben einen, zum Beispiel mal einen Trauzeuge, der hat braune Haare. Ja. Das sind braune Haare. Er ist ein dunkler Typ. So, und dann gibt es Leute, die sind, obwohl ja angeblich ein, zwei Prozent nur auf der Welt nur blond sind, dann gibt es Leute, die sind richtig blond. Dann ist es ein richtiges Blond. Aber so dieses Straßenköterblond, hellbraun, dunkelblond, das ist nicht so … Man muss irgendwas machen. Man muss irgendwas machen. Und ich bin ganz ehrlich, so frisch, wie es damals bei mir aussah mit meinen 15 Jahren und meinem blonden Kopf, ich weiß gar nicht, ob ich da im Alter nicht wieder so ein bisschen zugreifen würde. Wollte ich jetzt mal fragen, würdest du dir die Haare mal behandeln lassen? Weil wir haben jetzt ein tolles Beispiel auch von einem Freund, der zu einem Glossing geht. Das kannte ich ja auch nicht. Ich kenne das von Glossing, wenn meine Haare gemacht wurden, dann macht man erst die Strähnen, dann ist das im Prinzip das … Und danach kommt das Glossing. Und dann kommt das Glossing. Aber ich kannte das noch nicht auf etwas, zum Beispiel gräulich melierten Haaren. Oder könnte man jetzt bei dir auch ein Glossing machen? Ja, klar, bei mir kann man alles machen. Dass man dann die Haarfarbe verstärkt, die du hast? Ich glaube, ich könnte sogar ein Glossing in jeder Richtung machen. Ich könnte sagen, ich will es dunkler. Ich könnte sagen, ich will hellere Strähnen. Ich glaube, man könnte sehr viel … Wir können das als Projekt nächstes Jahr auch gerne dokumentieren. Ich fände sowas sehr gut. Wir können das mal angehen. Ich fände das eigentlich ganz cool. Obwohl ich sagen muss, ich fand immer, ich weiß noch, irgendwann mein Exfreund, da habe ich den auf der Straße gesehen und da hatte er, glaube ich, blonde Strähnen. Und ich war mit meinen Freunden, wir mussten sehr darüber lachen. Naja, aber der hat ja auch dunkle Haare. Der hat ja so braunbraun, oder nicht? Ja, der ist noch mal brauner als ich. Ich bin schon heller. Ich weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr so zum Frühling, dass man sagt, wenn dann die Sonne noch mal raufknallt, verstärkt sich das schon mal. Unser Freund, der das Glossing gemacht hat, das sieht super aus. Also ein Glossing kann, wie gesagt, man muss halt, das ist nur das Fatale dann für einen Geldbeutel. Beim Glossing geht es ja dann darum, dass es drei, vier Wochen hält und man eigentlich so wenig Haare waschen sollte wie möglich. Ich glaube tatsächlich bei einem Glossing, ich glaube, da kannst du auch ein gutes Produkt für zu Hause nehmen. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele Glossings, wenn du einfach nur das AB-Shampoo nimmst. Das ist mir das Problem, ich wasche ja meine Haare jeden Tag. Das kannst du nicht machen. Und wenn ich dann Glossing bezahle und dann hält das eine Woche, also… Das sind schon eher strähen, aber wir könnten auch so ein bisschen Arbeit mit Zitronen was, also Zitrone reinmachen und dann, wenn wir im Urlaub sind. Ja, hat ein Freund von mir immer gemacht, soll sehr, trocknet die Haare natürlich massiv aus. Aber gut. Aber du siehst, fass mal durch, schon juicy, also sehr weich. Naja, weg von den Haaren, Melissa, es ist nach unserer Tour. Wir nehmen die Folge natürlich vor München und Köln auf. Okay. Und wenn ihr das hier hört und dabei wart und natürlich auch für alle, die nicht dabei waren, keine Angst, es geht jetzt nicht wieder nur um unsere Tour. Vielen, vielen Dank für alle. Es war unglaublich. Komm, wir setzen sich jetzt mal wirklich in die Lage, drei Termine sind noch stehen und noch an. Die drei Termine sind jetzt gespielt. Wir sind ja jetzt in der Zukunft. Wir müssen jetzt in der Zukunft sprechen. Ja, okay. Also Flo, München, Köln, Köln, am Anfang Hamburg. Wir haben die Tour geschafft. Was ist das für ein Gefühl? Es fällt erstmal ziemlich viel ab, glaube ich. Wir sind so over mit Arbeit, dass, glaube ich, erstmal viel von uns abfallen wird. Ja. Nichtsdestotrotz starten wir jetzt auch in München, Köln, Köln. Mit einer Selbstsicherheit, die wir in Hamburg nicht hatten. Und somit, glaube ich, wird es ziemlich geil. Du bist heute, wenn die Folge rauskommt, auf dem Weg nach Hamburg, ich auf dem Weg nach Berlin. Und alles andere, würde ich sagen, besprechen wir nächste Woche, weil wir sollen nichts vorwegnehmen, was noch nicht passiert ist. Okay, gut. Dann belassen wir es auf nächste Woche. Ich werde auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr glücklich sein, wenn wir das beendet haben. Aber einfach, weil es dieses Klassische ist, du arbeitest auf etwas hin und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo du einfach nur sagst, ich will das jetzt abliefern, ich will das jetzt einfach zeigen. Und dann ist das Kapitel dann auch zu Ende und mal schauen, wann das nächste beginnt. Ja, das wird aber, wie gesagt, schwer, da ranzukommen. Ich weiß. Also ideenmäßig als auch alles andere. Unsere Bezugnahme, diese Folge, bezieht sich auf die Umfrage von der letzten Woche. Ja. Und da gab es für viele eine Überraschung und zwar, wie es mit dem Trinkgeld in den Hotelzimmern aussieht. Ich war sehr, sehr, sehr überrascht. Ja, wobei ich sagen muss, ich will die, also die Mehrheit gibt tatsächlich kein Trinkgeld im Hotel, es sind 70 Prozent. Vielleicht war es wirklich dieses, dass die das so als Stadthotel, weißt du. Da kommt nämlich auch zu all denen, die geschrieben haben, was, ich bin geschockt, zu der Verteidigung kommt, glaube ich, ein bisschen der Punkt, dass man sagt, wie ist die Hotelnutzung? Und die Hotelnutzung ist nicht, Florian ist mit seinen Eltern zwei Wochen, einmal im Jahr im Italienurlaub und ist da 14 Tage und gibt Trinkgeld für 14 Tage, sondern Lisa ist zwei Tage in München. Nein, das ist dann was anderes. So, das ist dann was anderes, dass man da nicht dann noch irgendwie 10 Euro hinlegt, ist, finde ich, auch völlig verständlich, gerade, wie gesagt, bei den Preisen, die angefallen sind. Was hast du gemacht? Ich möchte jetzt auch meine zwei Umfragenergebnisse noch teilen für den Nachtrag der Folge. Ich habe natürlich auch meine Community gefragt mit den Straßenklamotten, ob sie die drinnen oder draußen tragen. Ach, mit der Homeware. Und mit dem Parfüm, aber du kannst gerne vollenden. Nee, ich bin vollendet. Also, was denkst du, was denkst du, was die Leute gesagt haben, darf man dem Kollegen, der Kollegin sagen, dass das Parfüm zu viel ist? Was denkst du? Ich denke, dass, ich glaube, das ist ausgeglichen. Ich glaube, es ist so ein 50-50-Ding. Es ist nicht. Dann sagen die meisten Leute, nein, man darf es nicht sagen. Nein. Sagen, das ist nicht recht. Die Leute trauen sich das nicht zu sagen. 57 Prozent sagen, es ist in Ordnung der Kollegin zu sagen, dass das Parfüm zu stark ist. 18 Prozent sagen, das geht nicht. Also, über 3000, knapp 3500 Leute sagen, ja, okay, ist okay. Und 1000 sagen, nein, darf man nicht sagen. Und was mit den anderen Prozent, 57 plus 18? Ja, 25 Prozent wollen immer nur Ergebnisse sehen. Ach so, ich war gerade so. Okay, gut. Okay, und dann zum Thema, wer trägt Homeware nur zu Hause, wer trägt Outwear? Da tragen mehr Leute Homeware. Nein. Hm, bin ich ja komplett falsch heute. Sag, dann sag direkt. Ja, 48,6. Mit deinem, nee, lass mal diese Prozent weg, weil das macht mit den Ergebnissen ja dann gar keinen Sinn. Ja, okay, 4700 Leute und dann, also 4700 und 4400. Ja, siehst du, es ist ja fast same, same. Ja, es ist same, same. Ja. Also, ich glaube, du spinst. Aber da waren Leute, da war eine rege Beteiligung. Ja, die Leute fanden das, also ich hätte das nicht gedacht, dass so viele doch Homeware tragen. Ja, doch, ich glaube, es ist. Aber das ist ja der Klassiker, das Erste, da haben wir auch ganz früh, haben wir immer gelacht und drüber geredet, dass ich ja das Erste, was ich mache, ist meine Jogginghose anziehen und es gibt nichts, was ich schneller machen kann als das. Also, wir kommen rein, du drehst dich um, drehst dich wieder zurück und ich stehe schon in kompletter Homeware-Montur. Ja, nee, das stimmt. Das stimmt, das ist unglaublich. Aber klar, wenn wir jetzt mäßig halt unserem Podcast auf dem arbeiten, etc., dann sitze ich hier, also, guck mal, man darf ja nicht, und das haben wir jetzt auch begriffen, was unsere Wohnung angeht, es ist auch unser Office so. Es ist einfach Fakt. Und wenn wir im Wohnzimmer die beste Audioqualität haben oder Soundqualität, dann muss ich sagen, dann bin ich angezogen, damit ich einfach hochkomme, ist einfach so. Ich wollte gerade sagen, bei uns spielt natürlich voll mit rein, das werden Leute aus dem Homeoffice kennen. Diesen Vibe, wenn wir schon nicht in einem Büro sind, dann müssen wir vom, wenn ich jetzt hier, wie heute Morgen, um sieben Uhr, noch im Bademantel, warum lachst du? Dass ich hier jetzt mit dem Bademantel sitze oder mit einer Jogginghose. Also, sorry Leute, da können wir euch hier nicht 60 Minuten pure Unterhaltung liefern, sondern da wäre ich wie ein… Schluck Wasser in der Ecke. Schluck Wasser in der Kurve, oder? In der Sofakurve. In der Sofakurve. Ja, aber ich bin sehr, also wir haben ja so ein paar Sachen, die wir festhalten können, die sind Projekte, die wir dann auch nach der Tour machen. Eins davon wird auf jeden Fall sein, mal unser Sofa so auszusaugen, dass wir mal das als Projekt, das werden wir berichten. Die Kubusse mal aufzumachen. Aufzumachen, das wirklich, ja, auch richtig zu reinigen. Da würde ich auch gerne unsere Balkonmöbel, also unsere Dings, die Polster, die kann man auch abziehen, die würde man dann waschen. Bilder aufhängen. Bilder aufhängen, dann ein Bett für unser Kind. Ah, ich habe noch eine Frage, FHF. Also kurz mal abschweifen mit ein bisschen Kindertalk, Babytalk. Es hat sich was geändert seit ein paar Tagen. Und zwar bist du erfolgreich. Sehr, 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 sehr erfolgreich. Dankeschön, ich wollte es nicht ansprechen. Doch, ich spreche das an, weil das so vom Hintergrund auch ein bisschen interessant ist, sowas mal zu erzählen. Du kannst unser Kind einfach ins Bett bringen. Und ich weiß, dass das jetzt für viele nicht besonders klingt, aber es ist sehr besonders. Denn wir haben von Anfang an ein Baby gehabt, was sich nicht einfach in ein Bett hat legen lassen. Seit Anfang an. Gesträubt. Es musste für ihn irgendwer, der Untergrund musste sich rütteln, es bedarf, also unser Baby brauchte Körpernähe, etc., etc. Wir haben uns jetzt aber schon so ein bisschen herangetastet an so Kita-Geschichten und hatten auch ein paar Gespräche und sowas. Und da war immer, wo ich gestockt habe, war der Punkt, wenn die Kita-Leitung da gesagt hat, Ja, und dann gehen die alle ins Bett, da ist der Schlafraum. Und ich habe wirklich gedacht, unser Sohn ist so, so weit. Ich hätte meine Hunter für uns vorher wirklich so weit davon entfernt, dass man dieses Kind einfach ins Bett legt und er einschläft. Und du hast, wie sagt man, you proved me wrong. Du hast vor drei Tagen begonnen, ihn abends ins Bett zu legen. Also jetzt, wenn die Folge rauskommt, das bin ich schon ein bisschen erfahrener. Und es klappt einfach. Und ich bin so stolz, muss ich wirklich sagen, auf dich. Ich bin aber auch stolz auf ihn und ich bin stolz auf mich, auf uns, weil dieses Thema Babyschlaf, das ist erstmal ein Thema für sich, eine Wissenschaft für sich. Aber es gibt so viele Kinder, die sehr, 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 sehr viel Vertrauen brauchen, um sich fallen zu lassen, bei jemandem einzuschlafen oder halt auch wirklich selbstständig, ohne an irgendeinem Nippel zu saugen, an einer Flasche zu saugen oder, oder, oder. Selbstständig zu schaffen, in den Schlaf zu kommen. Und du hast es geschafft. Und das finde ich so, so toll. Und ehrlich gesagt, bei all den, in Anführungsstrichen, Schwierigkeiten, die wir vielleicht, oder Herausforderungen, die wir vielleicht mit unserem Kind am Anfang hatten, was sowas angeht, was nicht so Anfängerbaby-mäßig war, ist es vielleicht echt so, dass diese ganze Prozedur, wie soll ich sagen, oder das ganze Gezedere mit Trage hier, Trage da und wirklich stundenlang durch die Stadt gelaufen, sich vielleicht nach hinten raus wirklich lohnt, weil, weil, weil er irgendwie jetzt das Vertrauen hat, dass wir am Start sind oder so. Voll, das ist auch eigentlich das Einzige, was ich zu dem Thema auch hier weitergeben kann, ist so ein bisschen, weil jetzt auch dann natürlich viele Nachfragen kamen und ich weiß, dass so Baby-Themen immer super heiß diskutiert sind. Und dass es aber einfach so viele Unterschiede gibt, dass man es dafür nicht einfach so zusammenfassen kann. Und ich kann euch nur sagen, und ich glaube, das nimmt auch, wenn es geht, ein bisschen Druck, dass unser Baby ganz lange für sowas gar nicht bereit war. Und wenn ein Baby für etwas nicht bereit ist, dann muss man das akzeptieren und so, so doof es klingt, auch so ein bisschen so hinnehmen. Und dass es mal anstrengend werden kann und dass man sich streitet und dass eine Partnerin vielleicht das Gefühl hat, dass sie viel mehr macht oder, ne, dass es nicht 50-50 ist. Und das ist alles für den Moment vielleicht okay und es werden Sachen sich, und das haben uns ja auch immer Freunde und Expertinnen gesagt, es werden sich viele, 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 viele Dinge von alleine erledigen. Und man muss sich nicht den Kopf zerbrechen und was ändern und einen Kurs buchen und irgendwo. Aussprache ist immer gut. Vielleicht auch wirklich mit... Es vertrauen sich nämlich auch ganz viele nicht, das einzufordern, muss man jetzt auch sagen. Also unabhängig von, ist das Kind jetzt bereit oder nicht, hängt es nämlich auch, würde ich sagen, fast so 70-80 Prozent damit zusammen, ist die Mutter bereit. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch vielen anderen geht es so, dass man erst tatsächlich über eine Grenze hinaus muss, um wirklich zu kommunizieren, dass man vielleicht eine Veränderung möchte, aber damit einher geht auch so ein bisschen. Also das eine ist voll das Zusammenspiel mit dem anderen, wenn man selber irgendwie dazu bereit ist, muss ich sagen, war erst dann auch irgendwie. Also gefühlt merkt unser Kind, dass Sachen jetzt sich ein bisschen verändern, weil ich, nicht weil ich das ausprobieren will, sondern weil jetzt die Fahnenstange erreicht ist an ein paar Sachen. Ich kann nur, um das auch so ein bisschen abzuschließen, sagen, dass ihr, das ist alles, ihr müsst ein Gefühl haben. Und das ist alles subjektiv, deswegen gibt es nicht so diese Bibel für, wie legt mein Mann das Kind schlafen. Ihr müsst ein Gefühl haben, ihr müsst Vertrauen haben in euren Partner, in das Baby und dann kann es sein, dass es einfach noch mehr Zeit braucht oder dass es schon klappt. Aber jagt nichts hinterher, was einfach gerade für euer Baby nicht passt. Ich muss auch sagen, also wenn ich was so ein bisschen anders machen würde jetzt, wenn ich in die, wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt acht Monate, neun Monate wird er alt und das ist ja keine Zeit. Das ist ja so, ich finde das schon Wahnsinn, dass wir jetzt sowas starten können. Acht Monate ist keine Zeit. Das ist ja alles, all das, was vielleicht anstrengend wirkt, ist ja im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, so, 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 so klein, aber das vergisst man einfach manchmal. Und es ist manchmal super, super schwer, das große Ganze zu sehen, wenn man sich schon drei Stunden einen abschleppt mit einem Elfkilo Baby vorne, da kannst du das nicht relativieren. Aber wenn ich so ein bisschen, was immer mir wieder gerne hätte gesagt, auch früher, ist, wie du halt meintest, dass alles so ein bisschen zu seiner Zeit ist, dass man vertraut auf sich selber und vor allem auf das Kind, dass es zu seiner Zeit kommen wird. Aber ich finde, also ich würde mich auch nicht mehr so irritieren lassen von außen, weil man einfach, und das meine ich vor allem, ehrlich gesagt, und ist auch gar nicht schlimm, schon so, was Family da reingibt, so ein bisschen. Weil es ist super witzig, weil zum Beispiel bei meiner Mutter oder bei meiner Tante oder sowas habe ich das Gefühl, das ist so, 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 so weit weg, dass das sehr verschwommen ist von der Erinnerung. Und die haben wirklich dann, das ist eine Generation der Kinderwagen oder eine Generation, keine Ahnung was. Und ich weiß, dass mich das schon etwas irritiert hat, wenn die, weil die waren halt auch am nächsten zu dem Kind dann, wenn man dann erklären musste, ja, das mit dem Kinderwagen geht jetzt nicht. Oder ja, wir können jetzt nicht mit einem Auto irgendwie wohin fahren oder so. Und ich glaube, dass, und das hat zum Beispiel voll dazu geführt, dass ich voll viele Sachen dann üben wollte oder ausprobieren wollte oder mich gestresst habe, dass ich so denke, ja, aber er kann das jetzt nicht. Und das würde ich alles, also so auch was dieses Tragen angeht, ey, was hätten wir uns, es sind jetzt wirklich nur die ersten Wochen, weil wir haben relativ schnell begriffen, dass er Tragen, also eine Trage liebt, dass er gerne in der Trage ist. Aber all dieses ins Nestchen legen oder, 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 ey, ich hätte das alles geskippt und hätte gesagt, gut, dann kommst du halt ins Tuch oder in den Tragen. Weißt du was, ich meine, gerade ganz am Anfang, wo wir eigentlich auch gedacht haben, er wäre noch zu klein für eine Trage, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, wir würden nochmal ein Kind bekommen, das ist genau so ein Tragebaby, ich hätte mir dann so ein Tuch umgebunden, hätte den wirklich 24-7 einfach drin gehabt. Weil ich glaube, das wäre wirklich das, was die Lösung von so vielen Dingen gewesen. Oder halt wirklich auch 24-7 an der Brust so. Aber das kann man in dem Moment nicht, du, du weißt gar nichts. Man weiß gar nichts. Man probiert so viel aus. Und ich glaube, die Routine kommt dann aber, und das ist ja dann, wo dann viele auch vielleicht im Vorhinein geschmunzelt haben, die Routine kommt dann einfach erst mit dem zweiten Kind. Weil alle wissen ja nichts beim ersten. Und ich glaube, dass so an Anspannung und sowas, wenn es einen Unterschied gibt, dann ist das echt, wie du, wie du, wie du als Mutter und Vater mit dem zweiten Kind bist. Also es wird alles noch mehr. Aber du wirst viel weniger. Aber man macht sich viel weniger Gedanken. Es ist nicht same, same. Also es ist nicht die gleiche Erfahrung. Das ist, deswegen, ich glaube, da sind wir, wir sind super extrem, was diese zweite Kindthematik angeht. Ich glaube, so ist das nicht so krass. So final die Entscheidung oder so krass der Mehraufwand? Mehraufwand. Wir haben ja das Gefühl, es ist unglaublich. Es ist, es wird ja alles mehr, gefühlt würde es ja alles vervierfachen. Nicht verdoppeln, sondern es vervierfachen, weißt du? Ja. Aber ich glaube, so ist es gar nicht. Boah, ich bin mir so unsicher, weil ich denke so, wir kümmern uns gerade 24-7. Wir wechseln uns ab. Der einzige Moment, wo wir eine Babysitterin haben, ist, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. Wir besprechen, wann habe ich ihn vier Stunden, dann hast du ihn vier Stunden, dann machst du die Nächte, dann bringe ich ihn zum Schlafen. Ich wüsste gerade, und das ist Stand eines, wie gesagt, neunmonatiger alten Babys. Ich könnte mir gerade gar nicht vorstellen, wann ich eine Minute hätte für ein zweites Kind. Aber es geht dann. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie diese drei Kreise. Ab wann kann man eigentlich direkt wieder schwanger werden? Schon direkt, ne? Ja, mäßig schon direkt, aber das ist ja so witzig. Das habe ich auch immer meiner Freundin gefragt, weil, also, jetzt nur mal weiter kurz da. Ich habe zum Beispiel ja noch nicht meine Tage bekommen. Stimmt. Das ist ein Ammenmärchen, dass man sagt, man kann in der Stillzeit nicht schwanger werden. Weil man kann schwanger werden, und da habe ich nämlich meine Freundin gefragt, also es ist so, dass in der Stillzeit ein Hormon ausgeschüttet wird, was den Eisprung unterdrückt. Da aber dieses Hormon unterschiedlich doll bei stillenden Müttern ist, wird, wenn das absinkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wird aber der Eisprung ja irgendwann ausgelöst. So, man kann nicht sagen, du bist komplett geschützt, wenn du stillst, weil das Hormon da ist, sondern das ist so unterschiedlich. Es nimmt ab. Es nimmt ab und das bei manchen Frauen ist es einfach eher. Aber was ich meine Freundin dann gefragt habe, ist es dann so, dass wenn du ungeplant mäßig, weil du denkst, in der Stillzeit bist du geschützt, ungeplant schwanger wirst, oder du wirst dann schwanger in der Stillzeit, ist es dann das Mal, wo du auch deine Tage bekommen hättest? Ja, oder? Weil es muss ja ein Eisprung stattfinden. Stimmt. Und ist es dann so, dass immer wenn ein Eisprung, das wusste ich nämlich dann nicht, wenn immer ein Eisprung stattfindet, dass man auch dann seine Tage bekommt? Eigentlich ja schon. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Dann ist es dieses, wenn man sagt, ja, ich bin dann acht Wochen später so ungefähr schwanger geworden, das ist ja krass, dann wäre es auch der Moment, wo sie dann ihre Tage bekommen hätte, Fragezeichen. Das habe ich so gedacht. Wenn ihr da angeht Expertinnen seid, schreibt gerne Melissa in die, ja, das wäre, also überleg mal, du wärst jetzt schon wieder schwanger, das wäre dann aber crazy. Das ist krass. Also meinen größten Respekt, wie gesagt. Aber das ist ja bei voll vielen der Traum, dass die nahe Kinder haben. Ja, und überleg mal jetzt, er wird dann im Januar eins, du wärst jetzt neun Monate schwanger, er wäre dann anderthalb. Das ist ja, und viele sagen, viele sagen ja, das ist, deren Traumabstand ist nur so ein, zwei, drei Jahre. Ach du Scheiße, das finde ich Wahnsinn. Ich war doch gerade erst schwanger. Gefühlt, ja. Und dann habe ich aber gerade überlegt, weil du so meintest, ja, wir haben gerade so einen Bruchteil. Weil, wenn man jetzt davon ausgeht. Ich weiß. Man sagt, ein Kind, ein Baby, ein Kind ist mit 18 Jahren erwachsen. Dann finde ich es Wahnsinn, dass wir gefühlt, haben wir gerade angefangen. Und ja, ein Achtzehntel klingt jetzt wenig, aber es ist schon ein Achtzehntel zum Erwachsensein, was wir im Januar haben. Das ist sehr wenig. Es sind dann noch 17 Sommer. Nee, ach Mann. Nein, nur bis der Erwachsene ist. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht bleibt er bis der 30 ist bei uns. Sei bei uns, bitte. Ich liebe Frau, oh Gott, oh Gott, wir sind komplett außerhalb von unseren Kategorien. Und wir kommen jetzt aber erstmal zu einem Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Cheeks. Bei Cheeks handelt es sich um einen Streamingdienst auf Abonnement-Basis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit Sexualität. Das Cheeks-Angebot umfasst ein kostenloses Magazin und Podcast. Und darüber hinaus unbegrenzten Zugang zu erotischen Filmen, sexy Audio-Geschichten, Online-Workshops und On-Demand-Masterclasses. Es gibt drei Kategorien. Erstens Filme in über 25 Kategorien, zum Beispiel Rough oder Real Couples, sorgfältig kuratierte Inhalte, ethisch und fair produziert. Zweitens Audio. Es gibt sexy Hörbücher, meditative Reisen, Solo-Sessions, hochwertige Produktion, professionelles Sound-Design. Und drittens die Pleasure-Akademie mit Live-Workshops, Masterclasses und einem Online-Magazin. Erfüllte Sexualität ist essentiell für ein glückliches Leben. Es gibt jetzt ein kostenloses Kennenlernen von Cheeks für Neukündinnen, also eventuell euch da draußen. Wählt die Jahresmitgliedschaft für 9,90 Euro im Monat und testet Cheeks. Sieben Tage kostenlos mit dem Code 2, groß 2 ausgeschrieben. Ihr könnt während der sieben Tage jederzeit kündigen oder zur Monatsmitgliedschaft für 14,90 Euro im Monat wechseln. Das Angebot gilt nur für Neukundinnen. Besucht getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com oder klickt auf den Link in den Shownotes. Also, nutzt den Code 2, um Cheeks sieben Tage kostenlos zu testen. Vielen Dank an Cheeks. Dankeschön. Und Werbung. Und Werbung Ende. Ihr Lieben, wir sind zurück. Die FAM. Boah, ja, wir haben ja zu viel gemacht. Die FAM ist, was nimmst du dir denn vor? Wir wollen ja im, also November wird bei dir noch mit Insta 4, Dezember, schauen wir mal. Und generell neigen sich jetzt ja aber viele Projekte zum Glück dem Ende und wir sind ja so ein bisschen ausgelaugt. Was nimmst du dir vor für den November? Und ich wollte jetzt eigentlich, vielmehr ist es eine Frage an die Leute, die können gerne bei Spotify die Folge kommentieren, weil du bist ja nicht so in dem Thema. Ob die für dich mal Serienempfehlungen reinschreiben können? Boah, find ich mega. Und du kannst jetzt mal sagen, weil wir sind ja voll schwierig mit Serien. Und du kannst jetzt aber mal sagen, du hast ja Bridgerton geguckt. Das mag ich. Ja, deswegen meine ich ja. Mal als Orientierung für die Leute. Aus der Vergangenheit. Ich bin viel verspielter, als man denkt. Genau, was sind so für die Leute Referenzen, was dir gefallen hat? Naja. Weil ich glaube, wenn die Leute dich so einschätzen und sehen und bei Social und im Podcast, ich glaube, die Leute hätten jetzt nicht gedacht, dass du so Bridgerton dann bist. Nee. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen. Du bist doch Fantasy, also so ein bisschen Königreich. Ich habe ja sehr gerne House of the Dragon geguckt. House of the Dragon, stimmt. Das mochte ich. Aber das ist total, wie soll ich sagen, out of character, dass ich das mag. Ich mochte es aber zu dem Zeitpunkt. Stimmt. Das war mir, das ist mir grundsätzlich zu gruselig. Ich mag auch nicht dieses, das ist jetzt alt, aber House des Geldes oder so, mit den Masken. Ja, ja. Nee, das möchte ich nicht gucken. Was ist denn das, was die alle gerade gucken mit Aussie-California-Vibe oder sowas? This is the end, this is how it ends oder this is the way it was oder so. Also, das gucken gerade ganz viele. Succession gibt es noch, was immer wieder gesagt wird. Aber jetzt muss man, das ist, doch, schreibt es mal bitte rein, das würde ich gerne, also das finde ich voll cool. Oder eure Top-2-Serien. Mhm. Das ist vielleicht besser. Mhm. Weil du bist wirklich schwierig. Ich bin so schwierig. Ich brauche halt wirklich so viel Langweile, weil davor arbeite ich erstmal Insta ab, dann mache ich erstmal die Nachrichten, wo ich auch gar nicht hinterherkomme. Und das ist ja meine, wie sagt man, Düdelei-Zeit, ne? Ach, Düdelei-Zeit. Düdelei-Zeit. Ich habe gerade Due Diligence. Das ist meine Dedication-Time. Und dann kommt jetzt erst, danach kommt YouTube, wo ich Vlogs schaue. Ja. Wen schaust du da? Heute Morgen habe ich mal was geschaut, das war echt entspannt, da bin ich aber so müde geworden. Also ich glaube, wenn ich einmal so diese Zeit habe, um mal richtig zu chillen, dann merke ich richtig, wie der Hammer kommt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Heute Morgen habe ich geschaut, Claudia Solewski, glaube ich, das ist ja die Freundin von Phineas, von Billie Eilish Brother. Die macht das echt schön. Die macht richtig schöne Vlogs. Dann schaue ich. Könnt ihr auch reinschreiben, YouTuberinnen und YouTuber. Ja, finde ich auch. Dann gucke ich ja Michelle Choi, wobei ich sagen muss, also es sei ihr gegönnt, sie ist jetzt mit ihrem Freund zusammengezogen. Mit ihrem, ja doch Freund. Ich habe sie lange nicht mehr geguckt. Wir haben die früher geguckt. Die hat halt früher in New York gewohnt, die wohnt jetzt aber in einem Haus bei New York, also immer noch in New York. Aber dieses Haus, das ist so doof, weil es ist nur ein Haus. Es ist ein anderer Vibe. Aber es macht ja ein bisschen anderer Vibe. Irgendwie irgendwas stört mich. Aber also so, dass ich einfach, jetzt nicht, mich stört es mich. Und vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, wir haben die früher viel geguckt, ein bisschen das mäßig, jetzt sich wirklich alles wiederholt. Oder? Vielleicht? Nein, ich weiß nicht. Dann schaue ich noch ab und zu Elia Saita. Saita, ich kann leider den Namen nicht richtig aussprechen. Die lebt auch in New York. Also ihr merkt schon, der Schwerpunkt ist ein bisschen New York. Dann schaue ich ab und zu Xenia Adons. Aber es ist immer so witzig, auch auf Freunde zu schauen. Finde ich so witzig. Dann mache ich das echt so ein bisschen, einfach um zu wissen, was meine Freunde machen. Ja, voll. Das ist witzig. Ich kann dann auch immer nicht abschalten. Ich versuche dann voll viel zu interpretieren bei denen. So, oh, was machen die jetzt wirklich? Wie geht es denen wirklich? Ja? Nee, ich gucke immer so ein bisschen nach, weil ich ja weiß, was die machen. Aber dann gucke ich immer, mir die Bilder anzuschauen. Und, aber das ist so ein bisschen blöd, da muss ich echt auch sagen, dann soll ich sowas, ach nee, da will ich jetzt auch denen nicht den Namen sagen. Aber es gibt manchmal so Leute, die mich dann nerven nach einer gewissen Zeit. Ja, kann verstehen. Und dann finde ich, ganz ehrlich, da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, die nervt mich, weil die so, keine Ahnung, Pilates, healthy, modelisch, New York, bla ist. Sondern einfach nicht mehr gucken. Einfach nicht mehr gucken, wenn dann irgendwas abnervt. Ist ja bei Insta oder bei Storys haben das auch, denken ja auch ganz viele bei uns dann zum Beispiel, ne, wenn die sagen. Das muss ich auch sagen. Es war ja, also voll viele Fragen immer, was nervt, wenn man so ein bisschen sein Leben schert und sowas. Und da muss ich jetzt letztens echt, hab ich kurz so gedacht, dass das, dass das ein bisschen nervt. Kann ich jetzt auch mal drüber reden. Weil wir gerade auch über die Thematik geschrieben hatten. Als, ich hab nämlich bei Insta besprochen, dass ich Thema Baby schlafe und sowas, dass ich da so eine Entscheidung, also dass ich was anders machen möchte und sowas. Und dass da dir dann Leute geschrieben haben von wegen, ja, so nach dem Motto, jetzt musst du auch mal ran. Da muss ich sagen, da hat es mich das erste Mal genervt, dass man sich so ein bisschen angreifbar macht. Weil das bedeutet, das ist so blöd, wenn man irgendein Thema schert und dann die Leute so nach dem Motto sagen, ja, jetzt, das kann ja auch bei irgendeinem anderen Thema, keine Ahnung, Aufbau, handwerkerliche Sachen, so, ja, wo ist denn jetzt dein Partner und sowas. Wo man so denkt, das ist gerade nicht, wir machen uns hier nicht, sag ich mal, angreifbar. Genau, und dafür ist es immer noch nur ein Puzzleteil, was geteilt wird und du weißt ja gar nicht, wie dieses Puzzle sonst schon voll ist. Nein, und dass ich so eine Story mache, guck mal, das hab ich dir nämlich auch mal gesagt, das ist Wahnsinn, wie viele Themen wir besprechen, die eine Art Schwäche oder die, wie soll ich sagen, Raum für Kritik lassen. Wenn ich sage, wir müssen die Nächte irgendwie anders planen oder sowas, das ist ja, sag ich mal für viele ein gefundenes Fressen, dann irgendwo wieder drauf zu hauen, zum Beispiel. Und das machen wir ja bei ganz vielen Sachen und es ist voll, und das sind aber alles Themen, die so viele hinter verschlossenen Türen besprechen oder gar nicht besprechen. Nicht mal in der Beziehung. Genau, das meine ich ja, nicht mal in der Partnerschaft. Genau, und man hört manchmal dann bei so Sachen, wenn die dir sowas schreiben, das ist das, was sie ihrem Partner sagen wollen. Ja, oh, das ist ja gut. Das hab ich dir doch gesagt. Die würden das gern ihrem Mann sagen. Jetzt musst du mal ran. Das ist das, was sie dann zu Philipp sagen wollen und nicht zu Fabian. Ja, ich weiß. Fabian, ey, mein Synonym. Für alle, die auf der Show waren, wissen, worum es geht. Ja, weiß nicht, ich würde es nochmal so einen Live-Ausschnitt geben, dass Leute ein Bild ist in mir, sieht das aus. Oh, also, ich hatte neulich schon wieder Goosebumps bei unserer eigenen Show, als wir jetzt den Mitschnitt gesehen haben. Wir haben Hamburg mitgefilmt. Wollen wir eigentlich München mitfilmen? Ja. Okay, dann muss ich mich noch dumm kümmern. Das wäre ja im Prinzip wie letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir ja einen Teil auf YouTube hochgeladen, dass wir ja wieder die Möglichkeit hätten, was zu zeigen. Also, das wäre eigentlich, das darf man ja konkret jetzt, können wir jetzt ja auch sagen, die Geburtsstory war ja ein Teil der Show. So wie wir letztes Jahr die Olli-Story hochgeladen haben, wäre das schon was, muss ich sagen. Ja, vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es sich ergibt, vielleicht machen wir wieder sowas Weihnachtsmäßiges. Christmas-mäßiges, dass wir sagen, irgendwie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag oder so, wenn ihr irgendwie, ich finde, wie gesagt, ich habe in diesen Tagen immer so viel Langeweile zwischen den Jahren. Das ist eigentlich ganz cooles. Und ich habe ein paar Diems bekommen nach dem Motto, oh, ich würde auch was zahlen dafür, das brauchen wir nicht. Wenn man ein DVD rausbringt. Genau, DVD. Was hast du neulich aufs DVD geguckt? Oh, es war so süß, wir waren bei deinen Eltern und dann haben wir unser Kind so, war das DVD-Regal, nicht so, weil das Spiel, was wir gerade spielen, ist, du musst alles ausräumen. So sage ich immer, bitte hier alles ausräumen. Naja, auf jeden Fall hat er das ausgeräumt. Auf einmal hat er ja eine DVD in der Hand. Und das kennt er ja von ihr nicht. Australian Highest, nicht Bungee Jump, wie heißt das? Skyfall, Skydiving. Australias Highest. Florian G. Ich so, oh mein Gott. Dann habe ich zu deiner Mama gesagt, ich so, wir müssen das gucken. Ich habe mir nur erzählt, dass er Skydiving war, aber ich möchte es sehen. Dann ging der DVD-Player natürlich nicht, dann haben wir den so manuell mit dem Schraubenzieher aufgebrochen mäßig und dann ging es, aber haben wir es ja hinbekommen und das war so witzig. 2011. Haben wir dann deinen Fallschirmsprung gesehen und ich muss wirklich sagen, Wahnsinn, wenn ihr da draußen und auch du, wenn ihr sowas gemacht habt, dafür braucht man Eier. Ja. Also. Und es war ja Australias Highest, also wir haben den höchsten gemacht und ich habe, weil natürlich kennt ihr das, es ist einem immer ein bisschen unangenehm, wenn man so sich von vor 13, 14 Jahren sieht, irgendwie mit 18 und man dann… Was hattest du für ein T-Shirt an? Was war das für ein T-Shirt? Das ist sehr witzig eigentlich. Du hattest einfach ein Superman-T-Shirt. Ja, stimmt. Das waren diese, ja, diese gefälschten 9-Dollar-T-Shirts da einfach. Aber wie witzig, dass du es zu einem Skyjumps ansiehst. Ja, wahrscheinlich extra. Ja, natürlich extra, das ist so witzig gewesen. Und ich bin dann nur zum Schluss rein und dann habe ich noch ein paar Ausschnitte gesehen. Und das Erste, was ich zu euch gesagt habe, ist ja, das würde ich jetzt für kein Geld der Welt machen. Und da hat meine Mutter ja auch sowas gesagt wie, ja, das nennt man jugendlicher Leichtsinn. Und das, also okay, vielleicht, ich bin jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, oh mein Gott, wenn du mich jetzt hier in Brandenburg in ein Flugzeug setzt und mit einem erfahrenen Fallschirmspringer ich da raus muss, vielleicht habe ich gerade übertrieben, vielleicht würde ich es auch machen. Aber jetzt nicht, dass ich mir das aktiv buchen würde. Ich würde mir auch keinen Bungee-Jump buchen. Man hört ja in den letzten Jahren auch immer, das finde ich so dramatisch, wie viele aktuell oder wahrscheinlich schon immer, nur jetzt hört man es mehr, wie viele bei so Wanderungen sterben, also abrutschen, jetzt wieder, wo die Wintersaison losgeht, irgendwie mit Lawinen und Schnee. Dass ja so viele Menschen diesen Kick suchen und ich habe diesen Kick gar nicht mehr. Ich will das gar nicht machen. Ich will gar nichts machen, was mich in Gefahr bringt. Nee. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wir Eltern geworden sind. Ja, also es entwickelt sich ja wirklich. Aber gefühlt, also fehlt nur noch, dass ich Angst habe, in irgendeinem Fahrstuhl, der in den hundertsten Stock fährt, in New York in einem Hochhaus stecken zu bleiben. Ich bin viel ängstlicher geworden. Ich bin viel ängstlicher geworden. Viel ängstlicher geworden. Also jetzt nicht so mit Fliegen oder so, aber. Aber sowas entwickelt sich ja auch, ne? Ja, aber selbst wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du mit mir nach Hawaii fliegen, um zu surfen und ich wüsste da, auch wenn die Quoten ja super gering sind, aber ich wüsste da, da sind Haie und so, würde ich sagen, nö. Ich finde das mit dem Surfen, ist mit den Riffen schon viel zu krass. Mit den Riffen? Mit dem ins Wasser und dann mit, nee. Nee, ich bin echt, dass ich so denke, so Action, aber vielleicht, weil man auch da so gefühlt im Alltag so voll geladen ist, was so den. Nee, also bei mir hat sich das auf jeden Fall seit der Schwangerschaft geändert und ich habe das aber ganz oft gehört, meine Tante zum Beispiel hat seit der Schwangerschaft Höhenangst und sowas, es muss irgendwas im Körper passieren, dass du eine gesündere, weil es ist ja gesund, dass du Angst vor der Höhe hast, bewahrt dich ja davor, also es nicht normal, dass Menschen fünf Kilometer. Ich brauche gerade, mit mir könntest du jetzt die nächsten zehn Jahre nach Dänemark fahren auf einem Haus um, ich lege mich in den Garten, sowas. Sowas. Nee, ist krass. Also so Skydiving, Bungee Jumping, auch so Klippenspringen. Willst du, wollen wir noch Klippenspringen? Hä? Wo ich so denke, nee, also vor fünf Jahren ja, aber jetzt gerade wirklich. Ich bin noch nicht einmal in den Pool gejumpt, weil mir das schon zu viel Aufregung ist. Weißt du, was ich meine? Ich muss sanft ins Wasser reingehen. Ich brauche dann mich nicht hinstellen und in den Pool sprengen. Mich fand das so bewundernswert, als sie da Arschbomben hingelegt haben. Ja, gut. Ja. Naja. Naja. Das ist ja, das ist ja schon, wo man sagt, das ist ein Unterschied. Da geht's los. Ich komme nicht auf die Idee, jetzt machen wir Arschbomben rein, raus. Nee, komm. Ich bin auf der Liege. Melissa, die Dinge aus dem Alltag. Zwischen Sachen, die haben eigentlich egal, dann könnten wir zu dieser Erde. Nur ganz kurz, wir haben ja diese Tour über den Tourbus zu Hause gelassen und haben uns das Ganze mit der Deutschen Bahn angeschaut. Ja. Und jetzt wollen wir mal konkret, will ich das nochmal ansprechen, weil das das letzte Mal so ein bisschen untergegangen ist. Der unterschiedliche, ich hab's hier nämlich jetzt wieder gespürt, der unterschiedliche Vibe zwischen Klasse 1 und Klasse 2. Ja, klar, können wir drüber reden. Und wir sind ja bekennende Klasse 1 Fahrer seit vielen Jahren. Ja. Wir sind in den Genuss gekommen. Ja. Das, ich sag's bewusst so, des höheren Platzangebotes. Richtig? Der luftiger. 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 Mehr Platz. Und seitdem wir das Baby haben, hat sich das aber alles wieder ein bisschen gewandelt. Denn erst jetzt hat man ein Gefühl dafür bekommen, wie normaler, und ich formuliere das bewusst so, wie normaler die Leute und gleichzeitig dahingeht auch entspannter sind, die in der zweiten Klasse fahren. 100%. Als die Menschen, die, wie gesagt, und zu denen haben wir auch gehört, die sich die erste Klasse buchen, wo ich die letzten Male echt mir des öfteren Beine rausgerutscht wäre, lieber Thomas, weil du hier 30 Euro mehr bezahlt hast, ändert das gerade gar nichts an der Situation, dass hier auch andere Menschen stattfinden. Aber jetzt meine Frage, und das ist eigentlich voll die gute, ja, die gute Frage. Wir hatten nämlich auch eine Erfahrung, ist schon ein bisschen länger her, kann man jetzt auch sagen, oder das habe ich ja schon mal erzählt, ich fliege wirklich, wenn ich geflogen bin. Ich fliege ja ganz gerne mal Business-Klassen. Das ist ja mein Schwachpunkt. Overseas. Achso, genau. Langstrecke. Langstrecke fliege ich gerne mal Business-Klassen. Melissa ist eine Business-Maus, Leute. Da seht ihr. Das ist wirklich, würde ich sagen, das ist von allen Dingen, das ist ja auch der Running Gag, auch bei Freunden. Das ist ja auch bei uns ein Streitthema gewesen. Streitthema. Wir haben ja nie drüber geredet, weil wir das gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, wir wollten uns da nicht angreifbar machen. Und mir war das auch zu doof, weil ich war ja schon mit dir im Privaten, bin ich schon an meine Grenzen gekommen. Sie kannst ja erzählen, warum. Ich bin an meine Grenzen gekommen, weil ich es, und das hat für mich nicht mit leisten können zu tun, weil ich es wahnsinnig finde, dass für ein temporäres Ereignis, was faktisch, ich sage jetzt ein Beispiel, acht Stunden nach New York, was nach acht Stunden vorbei ist, man so viel Geld bezahlt, wie für einen permanenten, ich sage jetzt mal Gegenstand, den man sein Leben lang als Möbelstück oder als Tasche zu Hause haben könnte. Genau. Und ich war immer, wo ich so gesagt habe, verstehe ich voll, aber es war immer, dass ich gesagt habe, wenn ich Spaß habe an etwas, wo ich mein Geld, mein erarbeitetes Geld ausgeben kann, wenn ich Spaß habe an etwas, was unverhältnismäßig teuer ist, dann ist es das. Von allen Dingen, die, sage ich mal, dumm sind auszugeben, war es die Business Class, wo ich gesagt habe, das gibt mir unfassbar viel. Da bin ich jetzt aber auch, wenn ich jetzt mal um ganz abzudriften, hatte ich auch immer das Gefühl, anscheinend kannst du auch besser sitzen als ich. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das ist nochmal ein anderes Thema, das ist gutes Thema. Wie gut können andere Leute eigentlich sitzen? Wie viel Sitz vielleicht, ich habe es in deinen Augen gesehen, du hattest, du, es ist faktisch so, dass ich das mehr genieße, mich hinzulegen als du. Und was bei diesem ganzen Business Thema, warum ich irgendwann natürlich auch eingeknickt bin, man dazu sagen muss, ihr kennt Melli alle und die letzten Jahre, ist auch kein Geheimnis, haben sich finanziell wahnsinnig gut entwickelt und wir haben dahingehend keine großen, unser Lebensziel hat sich nicht groß geändert. Außer, wie gesagt, in diesem Bereich. Und da ist natürlich, irgendwann sind mir auch meine Argumente ausgegangen. Nee, vor allem, als ich so ein bisschen gemerkt habe, es war ja letztendlich, habe ich auch zu dir gesagt, alles gut, da gab es auch noch kein Baby und sowas, gab ja dann der Punkt, wo ich gesagt habe, aber dann fliege ich einfach Business, also ich kann ja für mich das einfach buchen, was soll denn das? Und der Punkt, den ich gerade ausführen wollte, war, dass du dein Geld für andere Dinge ja sonst nicht ausgegeben hast. Also, dass du dir, du hast dir nun mal keine Taschen gekauft, du hast dir nun mal kein Auto, du kaufst dir keinen, weißt du so, es passiert dann dahingehend nichts. Und wenn man dann sagt, okay, das Einzige, was mir wirklich viel gibt oder wovon ich von einer Reise und so doof es klingt, so eine Reise fängt nun mal, wenn ihr weiter weg wollt, mit einem Pflug an und endet mit einem Pflug. Und als ich dann gemerkt habe, das bedeutet dir so viel, habe ich gesagt, gut, wenn du da in den sauren Apfel beißen willst, dann beißt du rein. Darf ich jetzt auch nochmal kurz zum Thema liegen und sowas sagen? Jetzt, aber es gibt wirklich Leute, denen das, die ja nicht die Business Class nehmen will, weil sie sich hinlegen können. Das ist ja mein Punkt. Mein Punkt ist nur, dass ich liegen kann. Ja, ich weiß. Mehr nicht. Ich würde das Essen von Economy essen, mir ist das scheißegal. Es ist nur, dass ich liegen kann. Und das war bei dir ja schon immer so. Schon immer so. Du hast ja auch so fast gehasst, wo man nur sitzen kann. Deswegen, ich kann, also. Du liegst ja auch gerade. Ich liege ja auch gerade. Ich kann im Prinzip nicht lange sitzen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist einfach bei mir so. Und ich finde, und ich weiß das noch, das ist jetzt schon ein bisschen eine Weile her, aber das letzte Mal, als wir, keine Ahnung, zwölf Stunden oder sowas, ich glaube Bangkok war es oder keine Ahnung was, geflogen sind, gab es eine Person, die sich nicht hingelegt hat. Weißt du, es gibt total viele Personen in der Business Class, die sich nicht hinlegen, die noch nicht mal ihren Sitz verstellen. Ihren Benefit ausfüllen. Ich bin geschockt, wo ich so denke, warum bist du hier gegen die Economy Class? Manli macht nämlich, und das ist auch Business Insider News, da ist es nicht so wichtig, wie das eigentlich auch so krass, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Bei der Business Class kann man vor Abflug schon seinen Sitz runter machen. Economy, warum sitzen? Nein, 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 du kannst nicht deinen Sitz runter machen, du musst auch sitzen. Ach stimmt, doch, bei Anflug haben sie uns nur hochguckt. Manchmal lagen wir aber schon so halb und das war immer egal. Ich weiß, ja. Bei der Economy so, mach vor! Hältst du hoch! Mach den Tisch hoch! Klapp den Tisch hoch! Okay, aber jetzt eine Frage, warum ich überhaupt zum Thema in der ersten Klasse und Business Class jetzt nur Arschlöcher. Würdest du aber jetzt sagen, Frage an Flo. Ja. Haben Kinder was, weil das ist ja der Gedankengang von Leuten, die Business zum Beispiel gebucht haben und das ist eigentlich die Story, die ich erzählen wollte, wo wir in der Business Class sind und dass das im Prinzip, dass die nichts da zu suchen haben und dass ein einjähriges Kind sowieso nicht merkt, ob es jetzt in, was hat sie das gesagt? Ja, sie hat sich bei uns mehr aufgeregt und wir haben uns gar nicht aufgeregt, sondern wir haben es einfach so hingenommen und sie hat sich aber gefühlt, weil wir das… Sie hat gesagt, Malediven oder Marburg, ein einjähriges Kind wird das nicht begreifen können. So, sehr gut eigentlich. Sehr gut, ja. Und jetzt ist meine Frage, hast du das Gefühl, also haben Kinder in der ersten Klasse oder in der Business Class nichts zu suchen? Also grundsätzlich ist es natürlich immer Egoismus, der einen treibt, dahingehend nichts verändern zu wollen und zum Beispiel, dass wir sagen, wir sind vorher erste Klasse gefahren, wir fahren auch jetzt erste Klasse. Wenn man erste Klasse, ich rede jetzt von der Deutschen Bahn, wenn man in einem Handyabteil bucht und Thomas da seine Konferenz hält und im Beispiel, wir haben zum Beispiel im Umgang mit unserem Baby, das kann man einfach so sagen, er schreit am Tag immer, er weint eigentlich nicht, wenn ihn was stört, äußert er das schon anders. Und dann muss ich einfach sagen, in seinen Äußerungen, wie laut er ist in Anführungsstrichen, macht es für mich, ohne da wirklich auch befangen zu sein, ist es für mich kein Unterschied, ob jetzt Thomas da zwei Stunden seinen Call hält. Und ich finde, Telefonate, und wir sind ja bewusst im Handybereich, damit man laut sein kann, Telefonate sind immer, finde ich, noch anstrengender, weil du immer nur diesen Einpart hörst. Finde ich, dagegen spricht nichts. Dass der Vibe natürlich in der zweiten Klasse dahingehend so ein bisschen angenehmer ist, spricht ja eher für dieses Argument, was man ja immer so gesellschaftlich oft weitergegeben wird so, ja, keine Ahnung, Reiche sind alles Arschlöcher oder in Teilen. Es ist ja eher der Gedanke, das war ja auch bei irgendeiner Business Class, wurde ja wirklich mal für Leute, die viel geschäftlich unterwegs sind. Und so ist ja auch der Gedankengang von Leuten, die in der ersten Klasse sitzen, die aufgrund, und deswegen ist ja auch immer Anzugträger, die, das denken ja Leute, dass das der Ursprung ist. Aber ich muss auch sagen, als ich letztes Mal da stand, und wie gesagt, da die zehn Konferenzen und keine Ahnung, welche Bewerbungsgespräche dann gemacht wurden, ist das wirklich laut. Und ich da, die ganze Zeit, weil wir gehen ja auch immer in den Vorraum, auch wenn er dann schläft und bla bla bla, und bloß niemanden, da bin ich ja ein paar Mal rein zu unserem Sitz, weil ich da ein Käffchen getrunken habe, der da stand, und die Leute sich dann umgedreht haben, weil ich Meeresrauschen anhatte, was wirklich nicht, das war jetzt kein, ich hatte nicht meinen Bluetooth-Speaker dabei, ich habe einfach ein bisschen Meeresrauschen, damit das übertönt, wenn dann Durchsagen gemacht wird und bla. Und dass die Leute dann aber zum Hochgucken animiert, wo ich sage, sorry, mein Meeresrauschen hier gerade, ist nicht lange so nervig wie eure zehn, wie gesagt, Konferenzen und ob ihr da… Ob ihr den Deal macht oder nicht. Ob ihr den Deal macht oder nicht. Aber das ist ja dieses Fatale, wo man sich immer, wo man sich nur sich sieht, das ist ja das typische Beispiel, als Fahrradfahrerin und Fahrradfahrer regst du dich über die Autofahrer auf. Ja, ich weiß. Und als Autofahrerin und Autofahrer regst du dich über die Fahrradfahrer auf. Aber ich kann jetzt nur sagen, ich habe jetzt für die Fahrten, die ich jetzt, die ich selber mir gebucht habe, habe ich beides mal erste, zweite Klasse gemacht. Ja genau, wir haben zweite Klasse jetzt. Weil es einfach entspannter ist. Jetzt zur Business Class, um das auch, um wieder zu deinem Punkt zu kommen, im Flieger. Auch da siegt natürlich der Egoismus der Eltern, dass man sagt, oder die ganzen Familien damals auf dem Rückflug von den Malediven, die meinten, das ist unser Familienurlaub, die können sich das leisten, in der Business Class zu fliegen. Und wenn du in einem Flug auf den Malediven bist, dann ist dieses, und die Business Class heißt zwar Business Class, aber wer kommt da wirklich von den Malediven zurück und hat Business gemacht, weißt du? Und so denkt, ja gut, also, dass die sich da aufgeregt hat als leitende Stewardess, war vielleicht auch so, weil sie einfach strapaziert war durch dieses Ganze, durch diese Geräuschkulisse. Und ich muss einfach sagen, wenn etwas offen ist zu buchen, dann muss man leider jede Art von Mensch oder Konstellation, wie gereist wird, so ein bisschen akzeptieren. Wenn man aber People Pleaser ist, wie ich es bin, und du weißt ja, ich bin extrem empfindlich, wenn ich das Gefühl habe, jemanden zu stören, dann weiß ich nicht, ob für die Zukunft ich mit Marlo in der Economy nicht wirklich weniger Probleme hätte, einen für mich angenehmeren Flug, als wenn ich das Gefühl hätte, die 30 pupsenden Businessleute … Nein, die Leute regen sich auf, wenn da das Kind schreit oder so. Genau, weil ja auch jeder weiß, ey, ich habe hier viel Geld bezahlt oder meine Firma hat hier viel Geld bezahlt. Aber ich finde es mega, weil dann geht es eigentlich zurück zu dem, wie es auch der Ursprung war, nämlich, dass ich vorne in der Business Class bin und ihr macht einfach euer Ding hinten. Dir geht es besser, Zottel geht es besser, allen geht es besser, mir vor allem. Fürs Schläfchen würde ich ihn dir immer bringen, zum Bett. Zum Bett kannst du, so, ich liege auf jeden Fall, das weißt du, aber es ist, ja, es ist sehr witzig, wir haben also wirklich, wie viel Streit es gab, wow, und du hast mich ja, ich weiß noch, du hast mich gezwungen, mit der Economy zu fliegen, ich weiß das. Ja. Und hat es dir geschadet? Ich werde das nie vergessen. Wann denn? TC, das war der Flieger, wo die Business Class am allergeilsten aussah, wo ich fast, also wo ich wirklich gesagt habe, das ist echt, ich glaube, wir sind nach New York geflogen und da war ich richtig sauer. Premium Economy sind wir geflogen. Aber das wollte ich auch nicht, da wäre ich lieber Economy geflogen, das hätte sich gelohnt. Leute, es ist unglaublich, schreibt mal gerne in die Spotify-Comments, was ihr drüber denkt. Ja, sagt mal, was ihr drüber denkt. Bitte schreibt mir, wenn ihr mich versteht. Und ja, da bin ich gespannt, ob die Hörerinnen und Hörer sich damit identifizieren können. Nee, die sind geschackt. Nein, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ist ja auch mal schön, dass wir ein bisschen jetzt auch wieder mal aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Machen wir jede Woche. Aber nicht so, aber nicht so. Bevor wir zum Thema kommen, kommen wir zu einem weiteren Partner der heutigen Episode. Und zwar ist das Gesund.de. Die Gesund.de-App vernetzt lokale Apotheken, digital mit Online-Nutzern, um die lokale Versorgung zu stärken und sich von Versandapotheken abzugrenzen. Die App verbindet den User, also euch, mit eurer Lieblingsapotheke. So können alle Apothekengänge digital, aber trotzdem lokal erledigt werden. Ich finde das so, so, so mega und so wichtig, weil wir wollen ja unsere Apotheke hier ums Eck auch unterstützen. Also lasst uns das Ganze mal durchspielen. Ihr kommt gerade aus der Arztpraxis und habt ein E-Rezept über eure Versichertenkarte ausgestellt bekommen. Normalerweise müsstet ihr jetzt zur Apotheke rennen und es dort vor Ort einlösen. Doch die wenigsten wissen, dass ihr das E-Rezept auch digital bei eurer lokalen Apotheke einlösen könnt. Genau, und das Ganze sogar während ihr noch beim Arzt sitzt. Also ihr seht sofort in der App, was euch verschrieben wurde und ihr erhaltet euer Medikament in wenigen Stunden und eben nicht in Tagen wie bei einer Versandapotheke. Das Ganze ist lokal und nachhaltig, aber komfortabel wie bei einer Versandapotheke, nur eben viel, viel schneller. Ladet euch jetzt also unbedingt die Gesund.de-App kostenlos herunter und löst euer E-Rezept bei Apotheken in eurer Nachbarschaft ein. Vielen, vielen Dank für den Support und Werbung. Ende. Wir sind zurück und das Thema fand ich schon vom Betreff her super passend, denn es geht um das Thema, bin ich zu fordernd, Fragezeichen, wenn der Partner keinen Raum für Veränderung zulässt. Boah, ich bin immer so empfindlich, wenn es darum geht, dass man die anstrengende Fordernde ist. Weißt du, wie ich meine? So wie du. Genau, aber das ist ja auch, das ist klar, klar, ich bin die, die grundlos zickig ist, ich bin die, die so viel fordert und sowas. Das ist ja, das sind ja, das sind ja Strukturen, Florian. Das ist Sexismus im Endeffekt. Die Frau, die zickig ist. Ja, geh ruhig. Guck mal, Flo geht auf die Toilette bei dem Thema. Würde ich auch machen. Also Leute, Thema bin ich zu fordernd, wenn der Partner keinen Raum für Veränderung zulässt. Liebe Melli, lieber Flo. Erst einmal danke für diesen wunderbaren Podcast. Fühlt sich manchmal wie Balsam für die Seele an. Ich freue mich schon unendlich doll auf die Podcast-Tour in Köln und darauf, euch und so viele wunderbare Menschen, die euch zuhören, kennenzulernen. Jetzt aber direkt ins Thema. Seit einem Dreivierteljahr bin ich mit meinem Freund zusammen. Nennen wir ihn Sebastian. Er ist Anfang 30, ich bin Ende 20. Das Kennenlernen und der Anfang der Beziehung liefen wunderbar ab und die Welt war natürlich rosa-rot und das trotz einer Distanz von ca. 5 Stunden Bahnfahrt. Na, hoffentlich in der ersten Klasse. Nun bin ich öfters bei ihm, weil ich neben der Uni remote arbeiten kann und deswegen flexibler bin. An sich ist das kein großes Problem für mich, wir können uns deswegen auch regelmäßiger sehen. Leider gibt es in der letzten Zeit aber ein bisschen Krach im Paradies, denn wir gehen die Dinge unterschiedlich an. Ich bin eher die Person, die viel Reassurance braucht und gefühlt 24-7 mit ihm sein möchte und kann. Er hingegen legt großen Wert auf Zeit mit seinen Freunden. Versteht mich nicht falsch, ich bin absolut der Typ Social Butterfly und gerne von meinen Liebsten umgeben, aber das schließt ihn für mich oft mit ein. Also, dass er auch zu ihren Liebsten gehört. Achso, achso, ja, okay. Leider haben wir selten Quality Time als Paar, weil immer Freunde von ihm dabei sind und wenn wir dann zu zweit sind, gehen wir meistens nur ins Gym oder gucken zu Hause einen Film. Das mag daran liegen, dass ich oft unter der Woche da bin und er nach seiner Arbeit müde und kaputt ist. Am Wochenende jedoch zu mir fahren, damit meine Freunde auch mal dabei sein können, will er häufig nicht, weil er dann lieber ein Wochenende bei ihm verbringen möchte als in meiner Stadt, um etwas mit seiner WG oder seinen Freunden zu unternehmen. Hier bin ich natürlich jederzeit willkommen und auch gerne dabei, aber trotzdem fände ich zur Abwechslung mal schön, wenn wir mal bei mir sind und zur Zeit zu zweit oder mit meinen Freunden haben. Zur Thematik mit den Freunden meinte er, dass er keine Prioritäten zwischen Familie, Freunde und mir aufbauen möchte und alle auf einer Stufe sein. Wir haben also alle den gleichen Stellenwert. Dadurch, dass er mir in diesem Punkt nicht entgegengekommen ist, vermittelt er mir jedoch schon den Eindruck, dass Prioritäten vorherrschen, nämlich seine Stadt, seine Freunde, aber weniger ich. Ich sehe ihn als Menschen, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, in der Prioritätenluste schon weit oben. Dazu kommt, dass mein Vater gefragt hat, ob wir den ersten Weihnachtsfeiertag mit ihm und meiner Großfamilie, der Clan in Berlin und meinen Großeltern verbringen wollen. Oh, Weihnachten ist aber auch immer ein Diskussionsthema, ey. Ja, ich weiß. Ich hasse das. Scheiß doch mal drauf, Leute, ey. Sie hat Sebastian, so witzig geschrieben, ich glaube, er ist Sebastian, weil da so ein A, auf dem A ist so ein Ding. Sebastian, ich habe es gesehen. Sebastian, ne? Aber so witzig, weil die Namen ja ausgedacht sind und dann hat sie sich einfach Sebastian ausgedacht. Also, was ist denn dann der richtige? Florence ist dann der richtige Name und nee, Sascha. Sebastian hat direkt abgelehnt, weil er keine Lust auf ein Restaurantbesuch hat und das Ambiente dort hat. Ah, okay, weil er keine Lust auf ein Restaurant und das Ambiente dort hat. Ey, Absagen bei der Familie ist immer, das ist, das finde ich, also ich rede gerade hier, ich lese nichts vor. Absagen bei Familiengeschichten finde ich immer ziemlich mutig. Ja, und vor allem jetzt auch, also ich war ja gerade sehr anti mit Weihnachten und in Diskussionen, aber weil man keine Lust auf das Restaurant und das Ambiente hat, ist jetzt kein gutes Argument. Nein, guck mal, und im Endeffekt muss sie sich hinstellen und sagen, ey, der kommt, der ist nicht dabei. Voll. Das ist immer scheiße. Bisher hat meine Großeltern nie kennengelernt und war nur einmal bei meinem Vater. Auf weitere Treffen hatte er auch keine Lust. Oh, und die sind seit fünf Jahren? Ja. Oh, aber nach fünf Jahren noch nicht mal die Großeltern gesehen, das ist schon crazy. Einmal den Vater in fünf Jahren? Nee, warte mal, sorry. Seit einem Dreivierteljahr bin ich mit meinem Freund zusammen. Ach so. Fünf Stunden Bahnfahrt sind es. Ach so, das hatte ich nicht auch im Kopf, okay. Ich dachte, okay, dann geht weiter. Einfach in fünf Jahren einmal die Vater. Ja, da kannst du, also das ist schon doll, ja. Mir ist es aber wichtig, dass er meine Familie kennenlernt, da ich so versuche, ihn als meine neue Familie in meine Familie zu integrieren. Verstehe ich. Außerdem sagte er, dass er in seiner letzten Beziehung zu früh zusammengezogen ist und deswegen frühestens in vier bis fünf Jahren mit mir zusammenziehen will. Das ist mir, gerade wegen der Fernbeziehung, viel zu lange. Ich sehe mich nach dem Studium in seine Stadt ziehen, vielleicht auch in eine WG, aber fünf Jahre? Sebastian ist bei diesem Thema wenig Kompromiss bereit. Er meinte, man müsse sich nicht für jemanden… Non, c'est pas plus. C'est pas plus. Non, non, ich bleibe… Rien ne va plus. Rien ne va plus, ich bleibe alleine in meiner Wohnung. Oui, c'est ça, c'est la vie. Salami. Salami. Cinq and non moving together. Was war das gerade? Nichts. Achso, es hat gerade gebimmelt, aber gut. Sebastian ist bei diesem Thema wenig Kompromiss bereit. Er meint, man müsse sich nicht für jemanden verändern und wenn man keine Lust hat, hat man eben keine Lust. Wenn ich anspreche, was mich traurig macht, zum Beispiel, dass er nie Zeit mit meiner Familie, Freunden verbringen möchte, sieht er das Problem nur bei mir, weil ich ein Nein nicht akzeptieren könne. Nach Diskussion versuche ich mit ihm auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und gestehe mir auch ein, wo ich vielleicht überreagiere oder mein Verhalten ändern könnte. Von ihm kriege ich aber eher den Vibe, ich bin so, wie ich bin. Also das ist ja mein absoluter, meine Red Flag, muss ich sagen, dieser Satz. Von dir jetzt. Von mir jetzt, genau. Und also, ich bin so, wie ich bin und muss mich für dich nicht ändern, mäßig friss oder stirb. Wenn ich diese Dinge anspreche, die mich stören oder wie ich mir Veränderung wünsche, wird das einerseits gerne als Drama abgetan und es handele sich dabei um Kleinigkeiten für ihn, quasi Probleme, die ich mir in meinem Kopf selber mache, die für ihn aber nicht real sind. Ja, Flo, da sagst du ja auch manchmal bei mir mäßig, wenn du sonst keine Probleme hast, wo man ja ein bisschen sagen muss, das ist schon dieses Gaslighting, oder wie sagt man Gaslighting? Ja, das ist, du machst damit was klein, aber gut. So, bin ich zu engstörnig, um es lernen, ein Nein zu akzeptieren? Mache ich aus einer Fliege einen Elefanten oder gehört es manchmal zu einer Beziehung dazu, seine Komfortzone zu verlassen, Kompromisse einzugehen und Dinge zu tun, die man aus Liebe für den anderen macht, auch wenn man keine große Lust darauf hat? Wie seht ihr das? So, und da hat sie schon gesagt, liebe Grüße, da hat sie schon gesagt, es ist, und da geht es auch gar nicht so sehr um einen bestimmten Punkt, weil sie hat ja viele Dinge aufgezählt, es geht darum, dass man sich in einer Beziehung nicht, und jetzt, ich kann auch auf Französisch für ihn reden. Sebastian, das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Das ist die Lösung, das ist das. Es ist folgendes. Man muss, man muss Dinge in einer, und das habe ich bei dir ja auch lernen müssen, man muss sich verändern können. Es geht nicht zu sagen, ich habe das schon immer so gemacht, deswegen mache ich das weiterhin so. Ich, keine Ahnung, jetzt, man kann nicht sagen, oh, ich hasse alles, was mit Familie oder Weihnachten zu tun hat, ich bin da raus. Oder natürlich hat er eine Prioritätenliste und die basiert auf seinen Freunden und seiner Stadt. Und dann muss man sagen, ey, dann müssen wir jetzt hier ganz deutsch korrekt, dann teilen wir das auf, dann bist du zwei Wochenenden mit denen und dann zwei Wochenenden bei mir in der Stadt. Das müsste aufregen, dass er es nicht einsieht, wo man sagt, ist doch okay, guck mal, man kann ab einem bestimmten Punkt auch eingestehen. Ist es manchmal ein bisschen nervig mit der Familie? Ja. Aber warum sind wir nicht im selben Boot? Vielleicht nervt es mich bei seiner Familie auch ab einem bestimmten Punkt. So, es ist doch nichts dabei, aber du machst doch eigentlich gerade eine viel größere, wie sagt man, Mücke, Elefant, ein viel größeres Ding daraus, dass du da nicht dabei sein willst, wo man sagt, was ist denn schon der Outcome davon? Du machst es viel größer, als es ist. Es ist ein Tag. Ja. Und genauso dieses Ganze mit seinen Leuten und es meistens, und das ist nun mal so, meistens machen das Männer so, dieses so bin ich nun mal und es ist so, wie es ist, ist die einfachste Art der Möglichkeit, einer Veränderung zu entfliehen. Ja. Es ist die einfachste Art zu sagen, nein, so bin ich aber und deswegen will ich das nicht. Und man sagt, nee. Ja. Schön, dass du dir denkst, dass du so bist, aber dann funktioniert ein Zusammenleben oder eine Zukunft nicht. Nee, vor allem nicht. Genau so. Was ist denn das für eine komische Aussage, wenn du eine Person liebst oder wenn du in einer Beziehung bist, für dich da so klare Grenzen zu setzen, was das Zusammenziehen anbelangt? Also meinetwegen, wenn man irgendwie, vielleicht schlechte Erfahrungen, aber darüber muss man dann reden, aber von vornherein seiner Partnerin zu sagen, ich will frühestens in vier bis fünf Jahren zusammenziehen. Das ist komisch. Das ist komisch. Um jetzt mal, okay, um dabei zu bleiben, halt, was jetzt passiert ist, ganz klar, der hat, um jetzt mal ein bisschen weicher das anzugehen, voll Probleme seine Komfortzone zu verlassen. Er ist im Prinzip eigentlich verunsichert. Er mag das nicht, weil er verunsichert ist, weil er nicht weiß, wie er in manchen Situationen reagieren soll, weil er eigentlich derjenige ist, der vielleicht gar nicht gut in Smalltalk ist, wo es sich so äußert, dass er eigentlich Menschen ihn gar nicht interessieren, weil er wahrscheinlich irgendwann mal super schlechte Erfahrungen gemacht hat, super verunsichert wurde vom Menschen und eigentlich gar nicht so selbstbewusst ist, dass der in egal welcher neuen Situation eigentlich gut performen kann. Es ist ja so. Du bist doch der, der unsicher ist. Aber, und das ist das Problem, er verunsichert dich ja, weil er sagt, du bist gerade das Problem. Du machst aus einer Sache ein Problem, wo gar kein Problem ist, wo man sagt, aber doch, es ist ein Problem, weil du eigentlich gegen alle Sachen, die ich vorschlage, die vielleicht mir auch wichtig sind, du Nein sagst. Und dann muss es, um da mal einen Lösungsansatz vorzuschlagen, und wenn es kleine Schritte sind, also dass man sagt, zumindestens müssen wir jetzt mal anfangen, dass sowas wie ein erster Weihnachtstag stattfindet. Ja, oder mit Freunden. Da habe ich ja auch, da kannst du ja auch mal sagen, vielleicht hast du mal drüber nachgedacht, ob ich alle deine Freunde mag. Wenn du jetzt alle so ein bisschen komisch oder was weißt, ich finde es selbst, wenn du es nicht aussprichst, tue ich jetzt mal für dich. Du fuckst dich einfach teilweise über meine Freunde ab, du findest das ein bisschen blöd, du findest nur deine Freunde am tollsten. Aber hast du mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch deine Freunde komisch finde? Nein? Okay, vielleicht, weil ich dir das Signal gar nicht gegeben habe und weil es auch irgendwie ein bisschen egal ist. Weil es geht nicht darum, dass ich neue beste Freundin mit deinen Freunden bin, sondern dass ich dir meinen Respekt vor deinem Freundeskreis und vor deinem vorherigen Leben auch zeige. Weil das ist meine Art, auch dir zu zeigen, dass ich dich liebe und dich weiter in deinem Kosmos stattfinden lassen möchte. Und ehrlich gesagt, solltest du das auch für mich. Ja, das hast du gut gesagt. Ich würde aber mit ihm da schon klipp und klar das Gespräch suchen. Ja, weil er ist gerade viel zu selbstbewusst in dem reagiert. Genau, und ich finde, er sucht sich da ein bisschen den easy way out, da irgendwie zu sagen, nee, das ist nun mal so und hier und nee und der Weihnachtsvertrag, nee. Wissen Sie, der Weihnachtsvertrag. Weihnachtsvertrag? Why not? Why not? All that type of wine. Oder ein wipe. Ihr Lieben, das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Wir sind am Ende der Folge 268. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächsten Donnerstag um 6 Uhr wieder. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Tour mit dabei wart. Es war uns so eine Ehre, so viele Leute bei euch in den Städten zu sehen und zu hören, wie laut ihr seid, wie viel es euch bedeutet. Und ja, da wurde ich natürlich wieder sehr, sehr emotional, Hölz-Auftrag zu filmen. Und Melli ist schon wieder bei Insta. Oh, I love fucking Instagram. Und wir hören uns nächsten Donnerstag um 6 Uhr. Beteiligt euch gerne bei Spotify in den Kommentaren oder bei der Umfrage. Hatten wir jetzt eigentlich eine Umfrage? Oh, ich hatte aber so gute Themen. Ja, aber das musst du dir dann früher merken. Du meintest doch vorhin, oh, das wäre eine gute Frage. Achso, weißt du, was wir machen? Gehören Kinder, dürfen Kinder in die Business Class, in die erste Klasse. Kinder in der ersten Klasse ist okay oder nicht? Das würde ich gerne mal wissen. Oh, ich finde aber, man muss irgendwie unterscheiden zwischen Bahn, erste Klasse und Flugzeug, Nee, komm, jetzt einfach generell. Ja, die meisten, die kinderlos sind, werden sagen, nein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Kinder in… Es ist ja nirgendwo festgesetzt, was… Ja, natürlich, weil das kannst du nicht verbieten. Kannst du ja nicht verbieten, aber trotzdem… Obwohl dann so Adults-Only-Hotels gibt es ja auch. Das ist ja auch. So bin ich großer Fan von. Kinder in der ersten Klasse okay oder nicht? Wieso gibt es denn keinen Adults-Only-Bereich? Weißt du, was ich meine? Hm, stimmt. Mach doch, ich verstehe das ja. Ich bin die Erste, die sich reinsetzt, wenn ich allein unterwegs bin. Und Deutsche Bahn. Ja, ist so. Auch was von jetzt hier. Es wäre richtig geil, wenn man noch was Liegenderes für Melissa buchen könnte. eine wirkliche First Class. Hallo? Up on the train. Das ist ganz komisch, dass man das nicht verschieben kann. Ganz komisch. Selbst einen Gartenstuhl kann man in eine liegende Position machen. Entschuldigung. Ich rede von einer noch exklusiveren Ersten Klasse. Okay. Mit so kleinen Kabinen wie beim Fliegen in der First Class. Ja. Dass man richtige Privatsphäre hat, dass man da sich richtig hinlegen kann. Überleg doch mal bitte, egal jetzt, wie teuer das sein muss, damit sich das für die Bahn rechnet. Überleg doch mal bitte, du fährst von Berlin nach München und kannst dich da fucking hinlegen. Ja, aber deswegen holen sie ja die Nachtzüge back, weil keine Ahnung, warum die die ganzen Nachtzüge da auf irgendwelchen Abstellgleisen 20 Jahre hingestellt haben. Das ist der Shit. Holt die Betten zurück. Ganz viele, wir haben ganz viele, die aus Wien und aus Zürich zur Show nach Hamburg gekommen sind. Da sind ganz viele, das finde ich so süß, sind ganz viele mit dem Nachtzug gekommen. Ganz süß. Das ist so süß. Das müssen wir auch mal machen nach Österreich. Okay, Leute, ich habe hier gerade was verschüttet. Ich muss kurz was holen. Wir haben noch kein Intro-Auto. Krass, ich habe es noch nicht bemerkt. Und wir sind raus. Da muss ich jetzt erstmal durchgreifen. Das war's. Ciao. Ciao. Ciao.